im alter floyer das ist so hässlich oh mein gott oh mein gott buh das ist eine gurke eine gurke ja du bist so ein scheiß random ich schreib immer diese beiden wörter wenn es länger ist hallo und herzlich willkommen wir spielen pvp games runde zusammen mit julian und schwabbel tits richtig und er ist im richtigen leben schwabbel tits mit nachnamen natürlich ja und ich heiße richtig leben mit nachnamen julian also nicht deswegen auch julian julian 1 richtig so zwei und möchte es nämlich mit vornamen schwabbel tits ist das nächste moment spiel ach komm was solche retten stammhausen auf und die lampen schützt wird abo 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 ab die er er sieben da er war es du hast du das ist es für Lappen könnte ich verhofft als zu schreiben immer kommen jetzt hat er keinen einzigen Punkt auch mal wer hat es vor mir erraten wir waren das sehr gleich am anfang wieder was ist das leck mich am arsch ich bin nicht mal in der scoreliste auch krebs alt wird durch die ungestoßen ist doch und da hat es ein Punkt ich weiß nicht das heißt hier er ist das auf englisch Fishing Road Fishing Road jetzt weiß ich ja Nein! Fishing! 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 Du musst nur Fishing schreiben, Hauaiolo! Äh, warte, ich krieg nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott! Nuss! Okay. Schokolade! Verdammt! Nein! Ist voll richtig! Ich hab das jetzt falsch! Ach, nur Glasses. Ah, ich hab Sandglas erst geschrieben. Fuck. Maaan! Das Wort ist scheiße. Was ist da? Äh... Äh... Was ist da? Wer? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man das anders zeichnen soll. Da hat jemand einen Koksack gekriegt. Ach so Jujas. Ja, Gott. Mann, warum krieg ich dann so ein Scheißwort ohne Spaß? Ich hab's raus, confused. Oh, danke Jujan, dass du die Punkte noch geholt hast. Ich wollte mich auch meine zwei Punkte haben dafür. Ich bin nur noch Erster. Für uns train. Worte, das muss man gleich nicht mehr. Die hören, sagst mich auch. Das wird gut. Das wird gut, ich weiß es. Kommt schon! Stellt euch doch nicht täblich. Soll eine Frau sein, oder was? Ja, das ist eine Frau. Ist der Roboter? Ach nee, warte, das muss weg. So? Ah, okay. Wurde auch Brains schreiben, aber das hat nicht mehr ausgereicht. Das hab ich nicht erkannt. Nein, ich bin für zweite von uns rein. Ach komm. Aber das ist so ein ewig langes Wort, das hasse ich. M? Ach so. Was ist das? Wenn man's oft erspielt, weiß man's natürlich. So, jetzt bin ich noch eine Row, Bitches. Ist doch easy. Nein, die Wörter, die... Mal auswendig lernen. Ja... Ja, Martin, das schaffst du noch. Ja, Mountainbike. Was ist das? Mountainbike. Das Wort hat ich aber noch nie mehr. Nein, ich bin letzter von uns rein. Ich spiel das viel zu oft. Ich spiel das auch nicht öfters als du. Doch! Nein! Ich spiel das aber in Wörter und�리zen. Ich spiel das so und die Spiele. Die mal und die hinten gespielt. Kat, Ne. D. Was ist das? Ich bin zweit. Ach, Camille. 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 aus ich habe alle du bist so ein scheiß random ich schreibe immer diese beiden Wörter wenn es länger ist was ist das ja mein Plex und Minecraft so ein Spaten irgendwann kriegst du es halt das ist so geil und deswegen finde ich den anderen Server viel besser auf funwill.eu ja die mal da immer nur scheiße das rät man nie ja hier kann man es außerdem viel besser sehen richtig und es geht schneller ich stecke auf Stängel soll ich das so schreiben im alter Fleuer das ist so hässlich oh mein Gott oh mein Gott das ist eine Gurke eine Gurke wir werden mal mit Füßen er hat keine Füße keine richtigen und er schwebt ja ja hä hä was ist das Julian du hast wahrscheinlich wieder falsch geschrieben ne ne das ist keine Bomb komm das ist das ist cool gezeichnet komm was ist das denn das ist scheiße das sieht man doch oh mein Gott ich wusste ich was scheiße heißt ich hab's auch früh gekriegt oh ne ich muss das Foto jetzt nachgucken so ne scheiße ne das ist kein einfacher so ach man das kriege ich noch Julian das kriege ich noch ich hab' ich über Chrome offen oh man selbst wenn ich jetzt das Wort errate dann oh mein Gott ach komm das kriege ich Pock das kriege ich nicht hin alter nicht wenn ich das so dick mache ja das kriege ich nicht mehr recht hä weiss ich cube hä ja ey du meinst das richtige aber ich wusste nicht was ein scheiß Dice ist es ist ein Würfel aber woher sollte ich das wissen das hätt ich aber auch nicht gewusst Dice ich kenn nur Cube yeah ich kenn nur die Spiele ich kenn nur Dice von Battlefield aber ich hätte nicht gedacht dass die Würfel heißen ohne Scheiß ok da haben wir das geschafft war's oh ja dann sag ich Julian ab Moderation also wir hoffen es hat euch gefallen und ja auf Wiedersehen tschüss